Unser Sommerfahrplan beginnt am 1. Juli. Dann folgen insgesamt acht Konzerte, jeweils freitagsabends um 19.30 Uhr. Alle Konzerte Open Air auf dem Bahnsteiggelände des historischen Bahnhofs Büttlingen. Wir haben in diesem Jahr einen besonderen Sommerfahrplan, weil der Bahnhof 100 Jahre alt wird, ebenso wie die Köllertalbahn. Deshalb haben wir ein besonders attraktives Programm angeboten. Besondere Highlights in diesem Sommer sind schon das Auftaktkonzert am 1. Juli mit Thomas Pluk und seinen Freunden Charlie T. und Gulli Spiller, die sich quer durch die Rockgeschichte jammen werden. Ein weiteres Highlight ist sicherlich der Bluesmusiker Big Daddy Wilson. Am 5. August ist er hier mit seinen beiden Begleitmusikern. Dann ist Südstaaten Blues angesagt mit Gospel, Funk und Soul. Und ebenso ein großes Konzerterlebnis dürfte das Abschlusskonzert am 19. August mit der Formation Brothers in Arms sein, die sich dann dem Werk der Dire Straits widmen werden. Aber wir sollten der Verkaufnahme jetzt einfach nicht like das Feuer in Haus sein. Dann ist er opson Uhr. Und erst